Während Irina die Sanftere mit dem schmalen Pinsel vorstreicht, verteilt Marina die Forschere die Farbe mit dem breiten Pinsel. Die eineigen Zwillinge gleichen sich nicht nur äußerlich fast aufs Haar, sie haben auch die gleichen Vorstellungen, wie ihr Bild später aussehen soll, sodass sie ohne viel Worte auskommen. Wir malen ja schon so lange zusammen, dass man eigentlich schon weiß, was der andere macht, um es noch zu sehen, was der andere macht. Momentan ist Licht ihr großes Thema. Dafür haben sie eine spezielle Lasurtechnik entwickelt, die bewirkt, dass ihre Bilder quasi von innen heraus leuchten. Das wird eigentlich ein blaues Bild. Und dann kann man das so erinnern, dass diese luftige Wolke von hinten durchglüht wird, aber eigentlich der Streifen, weil es ist ja abstrakt gemacht. Also wir haben es ja in einer abstrakten Form gesehen. Und dadurch entsteht so eine Art blaues Bild mit einem glühenden Streifen. Das ist eigentlich das, so soll es aussehen, wenn es fertig ist. Doch bis zum fertigen Werk wird es noch etwa sechs Monate dauern. Bis dahin müssen die beiden immer neue Schichten auftragen, die jeweils zwischen zwei und vier Wochen trocknen müssen. Vor zwei Jahren erst beschlossen Irina und Marina Fabritius, gemeinsam ihre Bilder zu malen. Nur zu zweit schaffen sie es, die schnell trocknenden Lasurfarben ohne sichtbare Übergänge aufzutragen. Um gemeinsam an der Kunstakademie aufgenommen zu werden, bewarben sie sich vor fünf Jahren mit einem Trick. Sie tauschten vorher einige Bilder aus und schrieben jeweils ein halbes Wort auf ihre Mappe. Also wenn man die zwei Mappen zusammengestellt hat, hat man das Wort gelesen können und zertrennlich. Wenn eine nicht angenommen werden würde, würde die andere auch nicht gehen. Eine wird niemals diesen Weg alleine gehen. Sie hatten Erfolg und wurden beide angenommen. An der Düsseldorfer Akademie hat es so etwas noch nie gegeben. Zwillingsschwestern mit identischen Begabungen. Seit vier Jahren sind sie in der Klasse von Herbert Brandl, einem österreichischen Maler, der selbst zu den jungen Wilden zählt. Er ist von den Zwillingen beeindruckt und überrascht gleichermaßen. So eine Arbeitsweise, dass zweimal an einem Bild arbeiten und dass das Bild dann so eine Homogenität kriegt, ist schon etwas Ungewöhnliches. Also an und für sich kommen sich Maler immer in die Quere und sind extreme Egoisten. Jeder will sein Ego in erster Linie einmal hervorkehren oder seinen Stil finden. Aber die beiden arbeiten auf eine außergewöhnliche Art und Weise zusammen. So ein bisschen reicht aus eigentlich, dass man schon sagen kann, dass das ein weißes Bild schon fast ist. Weil wenn man die Augen zukneitzt, kann man sehen, wie stark es leuchtet. Man hat das Gefühl, dass das hinten so wie eine Art Lichtstrahl ist. Ihre Technik ist selbst für Laien faszinierend. Viele Motive entstehen vor dem geistigen Auge der Schwestern und aus der Erinnerung heraus, wie dieses Scheunenbild, das eine Stimmung aus ihrer Kindheit in Kasachstan wiedergeben soll. Bevor sie ins Abstrakte übergingen, malten die heute 30-Jährigen realistisch, teilweise sogar fotorealistisch. Doch im Vergleich zu ihren jetzigen monochromen Werken waren diese fast ein Kinderspiel. Die Farben vertragen sich ja manchmal nicht. Also praktisch Blasur und halbdeckende Deckende vertragen sich manchmal nicht und dann entstehen Runzeln oder das Bild ist zerstört. Während beim realistischen Bildern man einfach praktisch nur ausmalt. Zwar das Ergebnis auch sehr toll ist, aber es ist vom Schritt und Prozess niemals so schwer wie ein abstraktes. Schon früh begeisterten sich die Schwestern fürs Malen. In ihrer Kindheit in Kasachstan waren die Helden von Walt Disney ihre ersten Motive. Doch bald fragten sie sich auch an schwierigere Objekte. 1990, als beide 9 Jahre alt waren, verließen ihre Eltern mit ihnen die Heimat und gingen nach Deutschland. Seit 2006 ist die Düsseldorfer Kunstakademie so etwas wie ihr neues Zuhause. Bis heute waren sie keinen einzigen Tag getrennt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Marina und Irina fast dieselben Gedanken haben, wenn sie beispielsweise eine besondere Lichtstimmung entdecken. Diese Übereinstimmung äußert sich auch beim Sprechen, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Wahnsinn! Das, was da vorne zu sehen ist, genau das ist das, was sie in unseren Bildern sehen. Dieser kurze Moment, bevor die Dunkelheit einsetzt. Genau das malen wir. Trotz aller Ähnlichkeit und Harmonie unterscheiden sich die beiden Zwilling-Schwestern aber doch in einigen kleinen Merkmalen. Meine Schwester ist ein bisschen größer als ich. Ein Zacken größer. Ich glaube, zwei Zentimeter. Und meine Schwester wiegt ein Kilo mehr als ich. Ich glaube, das sieht man nicht an mir. Kein Wunder, dass die beiden Zwillinge auch im Privatleben die besten Freundinnen sind. Dass sie sich so ähnlich sind, hat manchmal auch einen ganz praktischen Nutzen. Ich weiß nicht. Die Klamotten kaufen wir gemeinsam. Aber nur eine muss anprobieren, zum Glück. Und die andere steht. Und so sehe ich von hinten aus. Interessant. Eines steht für Marina und Irina fest. Auch wenn sie beide mal eine eigene Familie haben sollten, werden sie sich dennoch in der Kunst niemals verletzen.